Ihr lieben, weltraumbegeisterten Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge vom Mars-Simulator. Ne, Quatsch, von Starfield. Und ich bin hier gerade vorbeigelaufen und da habe ich dieses geile Messer gesehen. Und ich könnte das ja jetzt stehlen. Aber nur, wenn keiner hinguckt. Entschuldigung. Kopfgeld hinzugefügt. UC Security, du bist verhaftet. Ich habe Befehle. Du kommst mit. Bereite dich für den Treffekt. Aber ich... Kann ich es wieder... Kann ich das auch wieder... Willst du mir sagen, was hier los ist? Okay. Alles klar. Ach, das ist schade. Ich bin doch aber so ein Berühmter, weißt du? Ich gehe nirgendwo hin. Was ist mit meinem Schiff? Alles klar. Jede Abweichung von diesem Befehl deinerseits wird als feindseliger abgewertet und mit Waffengewalt unterbunden. Das ist ja mal richtig mies. Kluge Entscheidung. Du wirst gleich transferiert. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich wollte mir doch einfach nur mal das Messer angucken, weißt du? Ich hatte aus Versehen, dass es mir die Tasche gefallen hat. Die Crew ist an Bord. Bereit zum Abflug. Alles klar. Ich sage es dir. Der Commander hat Pläne für diese Null. Warum sollte er sich sonst den ganzen Stress machen? Ich verstehe immer noch nicht, warum er einem Verbrecher vertraut. Was für ein Risiko. Ja, bitte? Hallo? Mach dir keinen Kopf und behalte unseren Gast im Auge. Bin gleich wieder da. Ich bewege mich nicht. Bleib einfach hier. Der Commander will mit dir reden. Mit mir will der reden. Okay. Alles klar. Der Gefangene ist bereit, Sir. Commander, bitte kommen Sie. Boah, die lassen sich Zeit hier, oder? Grüß Gott. Guten Abend, der Herr. Hoffentlich hast du es bequem. Es gibt viel zu besprechen. Du, es geht. Lass mich einfach meine Strafe zahlen, damit ich verschwinden kann. Es gibt nichts zu besprechen. Sieht nach einer... Sieht nicht nach der örtlichen Gefängniszelle aus, oder? Sehr scharfsinnig. Ich setze es mit auf die Liste deiner Talente. Apropos, sehen wir doch mal, womit wir hier arbeiten. Du warst mehrere Jahre lang Soldat, steht hier. Du hast also gelernt, die Befehlskette zu respektieren. Gut. Außerdem sehe ich, dass du meiner auf Vectera warst und jetzt bei der Constellation bist. Fleißig, fleißig. Ja, ja, danke, danke. Ach, guck an. Und ganz unten auf der Liste steht die kriminelle Geschichte, durch die du in mein Fadenkreuz geraten bist. Naja, das war es ja im Grunde, oder? Kommen wir einfach zum Punkt. Bitte. Ich wette, meine Schuhgröße steht nicht in euren Akten. Stimmt? Tatsächlich. Ich setze meine Leute sofort darauf an. Ich bitte darum. Nachdem wir das geklärt hätten, darf ich mich vorstellen. Ich bin Commander Kipweikande. Kann da keiner aussprechen. Ich leite diese Operation für die UCSIS-Dev. Du weißt, wer wir sind und was wir machen. Äh, ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, komplett egal, aber... Naja, ich weiß, dass ihr Leute entführt, oder? Das ist relativ neu. Probieren wir gerade aus. Ich dachte mir, wir müssen uns breiter aufstellen, unseren Horizont erweitern. Okay. Die UCSIS-Dev ist eine Abteilung der UC Navy. Die kümmern sich um das große Ganze und wir uns um ein ganz spezielles Problem. Die Crimson Fleet. Und da, Häftling, kommst du ins Spiel. Aha. Ich habe aber nichts mit der Crimson Fleet zu tun. Nein, nein, hast du nicht. Noch nicht. Wir mühen uns seit Jahren mit der Crimson Fleet ab. Versuchen sie, ein Schiff nach dem anderen auszuschalten. Aber wir kratzen nur an der Oberfläche. Wenn wir jemanden einschleusen, finden wir vielleicht einen losen Faden, an dem wir ziehen können, um das Ganze aufzulösen. Aha, also ich soll für mich meinen Hals riskieren für dich und undercover gehen. Nicht für mich, für dich selber. Für mich? Pass auf, ich mache es ganz simpel. Arbeite für die UCSIS-Dev. Dann können wir gemeinsam die Crimson Fleet ausschalten. Wenn du aber ablehnst, werfen die Jungs dich in die nächste Zelle. Und ich erhöhe deine Strafe vielleicht noch um ein paar hundert Credits. Alter, was ist denn mit dir los? Damit kommst du doch nicht durch. Ich wusste gar nicht, dass der Ethik-Codex der UCSIS-Dev Nötigung erlaubt. Was ist denn da für mich drin? Na ja, zuerst mal vergessen wir den Verstoß, durch den du auf der Vigilance gelandet bist. Wir löschen deine Akte. Aber noch viel besser. Wenn du deinen Job gut machst, legen wir noch ein paar Credits drauf, um die Kosten für die Operation auszugleichen. Operation? Oder du wirfst das alles weg, landest wieder im Knast und kriegst eine fette Geldstrafe aufgebräumt. Oh, das klingt ja nicht so, als hätte ich eine große Wahl, oder? Klar hast du eine Wahl. Aber stimmt, groß ist sie nicht. Also was sagst du? Arbeitest du mit mir oder muss ich mir jemand anders suchen? Das ist ja wieder so eine Sache, weißt du. Muss ich mich denn sofort entscheiden? Du gehst hier nicht weg, bis ich eine Antwort habe. Okay, danke für die Antwort. Ich versuche lieber mein Glück im Knast. Also wenn ich jetzt für den arbeite, kann ich dann die Story weitermachen? Oder wie ist denn das? Oh ja, weißt du überhaupt, dass ich mit so einer Operation klarkomme? Würde ich dir das nicht zutrauen, hätte ich dich in der Zelle gelassen. Du musst einfach deinen Instinkten folgen und mir vertrauen. Naja, gut, alles klar, da bin ich mal dabei. Aber nicht lange, bis der Auftrag erledigt ist und dann bin ich hier wieder weg. Kluge Entscheidung? Ich lasse dich von einem meiner Männer zum Operationszentrum eskortieren. Und ich rate dir dringend, ihm keinen Ärger zu machen. Aber schön. Versuch gar nicht, erst das Schiff zu verlassen. Du wirst feststellen, dass du keinen Zugang zum Dockingbereich hast. Mhm. Aber schön, ich habe meine Waffen behalten. Habt ihr das gesehen? So, wo bin ich jetzt? Was? Wo? Servus. Gut, dann los. Ja, dann haben wir jetzt also einen Job oder was? Blöd. Das war nett mit ihnen. Also der Einsatz statt Knast, ja? Ja? Du wirst der neue Maulwurf des Commanders. Ganz alleine eine Bande von Piraten infiltrieren. Du hast ordentlich Mord. Ja, ja. Trotzdem fragt man sich das schon. Vor allem bei den ganzen Geschichten. Zum Beispiel die, dass die Fleet-Informanten an die Hülle von einem Schiff schneit und dann ganz langsam die Luft aus dem Anzug lässt. Ja, du machst mir echt Hoffnung, weißt du? Kannst du dir einen schlimmeren Tod vorstellen? Nein, ich weiß nicht. Aber ich würde mir da keine Sorgen machen. Wenn der Commander dich persönlich ausgewählt hat, kannst du vermutlich lange die Luft anhalten. Du, ich bin Alien. Ich bin halb Alien. Ich kann Luft anhalten, das glaubst du ja nicht. So, was denn jetzt? Geht's jetzt weiter oder was? Was soll ich denn machen? Och, die ist immer noch da, siehst du? Die haben's gleich mit eingebunkert, hier, die arme Frau. Ja, du sollst einfach nur weiterlaufen, weißt du? Und hier nicht einfach stehen bleiben. Und wer bist du denn? Guten Tag. Grüß Gott. Auf Ebene 2. Fass bitte nichts an, bis du die Freigabe hast. Jawohl. Hier ist alles zu, weißt du? Das ist ja wirklich Wahnsinn hier. Guten Tag. Okay, hier ist für mich Schluss. Alles klar? Klar mit dem Lift hoch zu Ops. Commander Ikande müsste schon auf dich warten. Ja, wenn nicht, dann aber. Dann gibt's hier richtig Stressfreunde, ne? Eine ganze Zeit hier. Missionsstatus undercover. Sarah, kommst du? Einfach hier wieder rein. Komm, noch ein Stück, bitte. Ja, dann bleibst du halt da. Dann geh ich eben da allein mit Ikande sprechen, so. Blöde Kuh. Oh, was haben wir denn hier? Ein versiegelter Behälter. Grüß Gott. Gibt's hier Kaffee für mich? Eine Kaffeepackung. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Aber ich darf ja nichts klauen, ne? Obwohl, ich bin ja... Ja? Na, ich war... Kaffee? Mann, sind die alle aggressiv hier, ey. Sarah, kommst du bitte? So, wo sind wir denn hier gelandet? Grüß Gott. Ja? Ja, grüß Gott, hab ich gesagt. Oder guten Tag. Servus. Moin. Moin, moin. Ja? Bitte? Ach so, da hinten. Habt ihr alle Husten? Ist die Luft hier zu trocken oder was ist mit euch los? So, Ikande. Jetzt sagen wir mal was. Erzähl mir was, komm. Ah, da bist du ja. Sehr gut. Ja, gell? Nachdem wir jetzt festgelegt haben, wie du mit uns kooperieren wirst, will ich dir dein neues Zuhause zeigen. Ich hab eins. Das ist das Operationszentrum der UC Vigilance. Das Schiff ist das Nervenzentrum des Sysdef für die Zerstörung der Crimson Fleet. Mhm. Mhm. Jetzt hab ich gedacht, der redet ein bisschen länger, hab ich mal was getrunken und schon ist er fertig. Gut. Man braucht schon mehr als nur ein einziges Schiff, um eine ganze Flotte auszulöschen, oder? Und genau deswegen gehen wir etwas unauffälliger vor. Okay. Wir brauchen Augen und Ohren in der Crimson Fleet. Jemanden, der uns mit Informationen versorgt und ihre Schwachstellen identifiziert. Der Haken ist, du kannst nicht einfach bei ihnen anklopfen und dir ein Bewerbungsformular geben lassen. Um reinzukommen, braucht es Raffinesse. Aha. Bring mich in ein Zimmer mit ihnen, dann rede ich sie zu allem. Rede ich nachdem? Achso. Ich nehme an, du hast schon einen Plan, oder? Den habe ich. Unsere Aufklärung hat einen möglichen Weg in die Crimson Fleet gefunden. Durch Sersha Bowden, eine ihrer Kontaktpersonen. Die arbeitet für die Handelsaufsicht in Cydonia. Wir haben einen Container Aurora auf dein Schiff geladen, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Das ist aber nett. Klingt nicht gerade nach einem perfekten Plan. Das riecht... Die riecht einen Drogenfahnder wahrscheinlich auf einen Sektor Entfernung. Woher habt ihr denn den Stoff? Das ist geheim. Sagen wir einfach, der Schmuggler, der das Zeug vorher hatte, wird sein restliches Leben im Gefängnis verbringen. Der hat das Angebot wohl dann nicht angenommen, ne? Aber, okay. Aurora. Aurora ist ein streng kontrolliertes Betäubungsmittel, das außerhalb der Stadt Neon auf Wohli illegal ist. Wer mit dem Zeug an Bord erwischt wird, darf eine saftige Strafe zahlen. Ja, also das klingt alles nicht schlecht. Darauf solltest du hoffen. Sersha ist nicht leicht reinzulegen. Sobald du dich in die Crimson Fleet geblufft hast, beginnen wir damit, Beweise zu sammeln. Da kommt meine rechte Hand Lieutenant Jillian Toft ins Spiel. Sie erklärt dir alles, was du wissen musst. Oh ja, gut. Das sind eine ganze Menge Infos, mein Freund, würde ich sagen. Wir legen hier ein hohes Tempo vor. Gewöhn dich daran. Denk daran, die ganze Operation hängt davon ab, dass du es schaffst, die Crimson Fleet zu infiltrieren und uns genügend Beweise zu liefern. Wozu braucht ihr eigentlich überhaupt Beweise? Ich weiß gar nicht. Naja. Das ist wohl doch schon ein bisschen zu spät, jetzt nochmal Rückzieher zu machen, oder mein Freund? Ob es dir gefällt oder nicht, du arbeitest für mich. Pass auf. Bevor du anfängst, muss eines absolut klar sein. Ja. Als Undercover-Agent der UC-SYS-Dev musst du dich an unseren Verhaltens- und Ethikkodex halten. Wenn du zu weit vom Weg abkommst, ist die Chance hoch, dass du außer Kontrolle gerätst. Naja, ich... Ich hab's doch nicht so... Na gut. Kannst du mir vielleicht ein Verhaltens- und Ethikkodex der SYS erklären? Kurz gesagt, du darfst nicht immer überall sofort losballern. Was? Denk nach, bevor du handelst. Überleg, was du tust. Und drück nur ab, wenn es unbedingt nötig ist. Also immer. Dein primäres Ziel ist letztlich, die Crimson Fleet auszuschalten. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache. Naja, ich kann nichts versprechen. Ich will keine versprechen. Ich will nur wissen, was du denkst. Ja, abziehen. Aber jetzt wird es Zeit, dich an Lieutenant Hoff zu übergeben. Sie erklärt dir, wie die Beweisbeschaffung während der Operation ablaufen soll. Also los mit dir. Und viel Glück. Alles klar. Wie bleib ich denn mit dir in Verbindung? Großwichtig anrufen, dir ein WhatsApp schicken oder wie machen wir das? Das ist leicht. Gar nicht. Okay, dann hat sie das erklärt. Wir überwachen deine Aktivitäten von der Vigilance aus und versuchen, in deiner Nähe zu bleiben. Wenn du das Gefühl hast, dass du genügend Beweise gesammelt und deinen Auftrag erfüllt hast, kommst du zum Debriefing her. Davon ab bist du komplett auf dich gestellt. Naja, hast du noch ein paar Informationen über Sessurse Boden? Wir wissen nur, dass sie seit Jahren für die Handelsaufsicht arbeitet. Was bedeutet, dass sie an vielen zwielichtigen Deals beteiligt war. Sie ist gerissen und gründlich. Wir konnten sie überhaupt nur durch einen Informanten mit der Crimson Fleet in Verbindung bringen. Ich fürchte, sie ist unsere beste Option. Alles klar. Was passiert denn, wenn ich verhaftet werde, während ich undercover bin? Kann ja auch passieren, oder? Zu deiner eigenen Sicherheit weiß außer mir und der Crew der Vigilance niemand, dass du für die United Colonies arbeitest. Im Grunde gilt, wenn du im Gefängnis landest, sind die Strafen deine Sache. Ach, du Scheibenkleister. So, kannst du mir sagen, wie genau ich mich im Einsatz da verhalten soll? Vielleicht könntest du mir das wenigstens erklären? Während du zur Crimson Fleet gehörst, musst du sicher einige moralisch fragwürdige Entscheidungen treffen. Du wirst auch ohne Rücksicht auf die Konsequenzen abdrücken müssen, um deine Tarnung zu wahren. Tu, was du tun musst. Aber vergiss nicht, warum du überhaupt da bist. Alles klar. Ich kann aber meine Tarnung als Pirat nicht aufrechterhalten, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, oder? Deswegen erwarte ich, dass du immer nach anderen Möglichkeiten suchst, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, als sie zu durchlöchern. Wie denn? Pass auf. Ich merke, dass du dich damit schwer tust. Also drücke ich es simpler aus. Bitte. Wenn es einen Weg zum Ziel gibt, bei dem du keine Unschuldigen töten musst, dann befolge diesen Weg. Nutze deine Instinkte. Ich bin sicher, du tust das Richtige. Naja, alles klar. Na, dann schauen wir mal. Jawohl, ich mache weiter zu Befehl, Sir. Körner, Sir. Commander, Sir, meine ich. Entschuldigung. So. Ah, Sarah. Da haben wir uns aber eine ordentliche Soße eingebrockt hier, ne? Ja, mach... Ja, hey. Macht schön weiter, ne? Hier, das... Die Kaffeetasse kommt hier nicht hin. Die kommt da weg. Hm. Ich sag's nur, Leute. So. Gut. Howdy. Hallo. So, Sarah, komm. Sarah, du bist auch ein bisschen... Weißt du, ich stehe im Fahrstuhl, nicht davor. Naja, du wirst schön hinterherkommen irgendwie. Grüß Gott. So, wo muss ich hin? Bap, dup, di, bap, du, bidi. Oh. Hallo? Resume last user session. Okay, was muss ich machen? Docking Schleuse 1. Schiffsstatus. Status besetzt. Freigabe autorisiert. Captain Ollie. Ah, und die 3? Unbesetzt auch bereit. Ja, dann, äh... Desktop-Anzeichen. Anzeichen. Grüß dich schön. Anzeichen, Junge. So, wie komm ich jetzt hier raus? Leute? Ich bin hier raus. Wie komm ich denn da raus? Die Kante ist auf Ebene 2. Fass bitte nichts an, bis du die Freigabe hast. Na, alles klar. So, Desktop-Anzeigen zurück. Ich möchte hier bitte rein. Leute! Bin ich zu doof? Alles klar. Lässt du mich hier rein? Optional. Sieh dir die Auftragsbörse an. Begib dich zur Venus. Ach, das ist ja die andere. Die andere Geschichte. Ja, wie komm ich denn jetzt wieder? Ich schau mal. Aktivitäten. Sprich mit René. Sprich mit Trevor undercover. Sprich mit Lieutenant Tuft. Mach mal... Oh, das kann man ja anscheinend irgendwie... Wohin darfst du das machen? Ich würde sagen, wir machen das erste Mal. Komm, wir gehen mal schnell zu Tofte. Tofte! Das ist immer komisch, dass der halt die Mission... Stimmt mit dir nicht. Bist du mal ruhig, oder was? So, Tofte, wo bist du? Da ist sie, ja. Hallo, guten Tag. Okay, wir haben nicht viel Zeit, also hör gut zu. Jawohl, mach ich. Während du undercover arbeitest, musst du so viele Beweise wie nur möglich sammeln. Jawohl. Wenn du irgendwelche Unterlagen findest, die verdächtig oder belastend wirken, bringst du sie mir. Verstanden? Jawohl, Sir, M.M. Ich glaube, ich hab's verstanden. Im Grunde wollt ihr also, dass ich Liebe bestehle? Legst dir zurecht, wie du willst, aber diese Beweise sind entscheidend für den Erfolg von Commander Ikandes Operation. Alles klar. Ich will Datenslates, Computer-Downloads, handschrittliche Notizen. Scheiße, ich nehm alles, solange wir die Schweine damit drankriegen. Ja, aber ruhig dich doch, ist doch alles gut. Ich mach dir schon mit. Da hab ich wohl einen Nerv getroffen, was? Liegt nicht an dir, sondern an der Fleet. Mhm. Das kleine Scharmützel, das du auf Vectera mit ihnen hattest, war nichts. Diese Piraten hinterlassen eine Schneise aus Tod und Zerstörung. Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe, würdest du mich verstehen. Du, ich versteh dich. Glaub mir, hat Hoff, ich habe die Hölle auch schon oft genug gesehen, ja. Ja, klar. Sorry, falls ich schmerzhafte Erinnerungen geweckt habe. Hast du, hast du, hast du. Ach, eine Sache noch. Ja, bitte? Eine gute Nachricht. Oh, ich krieg Geld? Kommander Ikande hat eine Auszahlung von Credits für jedes Beweisstück genehmigt, das du uns bringst. Schön. Als Aufwandsentschädigung. Ach, das ist aber nett. Ich brauche keine Bezahlung dafür, das Richtige zu tun. Hahaha, vergess es. Jetzt sprichst du meine Sprache, junge Frau. Es war Kommander Ikandes Idee. Er hat befürchtet, dass es dir vielleicht nicht reicht, einfach das Richtige zu tun. Also gut. Wir haben einen Container Aurora in deinen Frachtraum geladen. Und wir geben dir eine kleine Probe, damit du die Ware anpreisen kannst. Ich bedanke mich sehr herzlich. Dein Schiff hat die Startfreigabe erhalten. Flieg nach Cydonia und nimm Kontakt auf mit Sascha Bowden. Mit etwas Glück schickt sie dich zur Crimson Fleet. Das war alles. Du darfst wegtreten. Jawohl, Miss. Ach so, ja, das ist auch mal interessant. Was passiert denn, wenn ich mit so einem Container voller Aurora im Frachtraum erwischt werde? Keine Sorge, der Container wurde bei der UC Security registriert. Warte. Begib dich nach Cydonia. Da. Und dann müssen wir mit der reden. Und die bringt uns dann da rein, ne? Okay. Du darfst also keine Probleme geben, selbst wenn du gescannt wirst. Ja, ich hoffe es. Wenn wir natürlich herausfinden, dass du ihn an jemanden außerhalb dieser speziellen Operation zu verkaufen versuchst. Ja? Nun ja, ich muss bestimmt nicht weiter ausführen, welche Konsequenzen so etwas hätte. Naja, ich werde es ja versuchen dürfen, oder? Wenn noch was ist, sag Bescheid. Ich sage sofort Bescheid, jawohl. So. Junge Frau, kommen Sie bitte mit. Hallo? Dat du, die, dat du, dat du. Oh, beruhig dich, Sarah. Sarah, beruhig dich. Du, bi, du, bi, du, bi, du, bi, du. Ich habe gar keinen Helm auf. Oh, ich bin schon im Schiff. Ach, das ist ja schön. Ja, du, wohin? Keine Ahnung. Das musst du... Oh. Sehr gut. Wunderbar. Freunde, das finde ich großartig. So. Und das. Und schön. Einsteigen, abdocken. Sind wir denn irgendwo angedockt? Abdocken. Tschadadadu. Ich war auf so einem Ding drauf. Ich dachte, ich bin auf dem Mars. Oh, Trennung komplett. So, jetzt mach mal ein Ruhigen, bitte. Jetzt muss ich nämlich mal irgendwo hin. Oh. So, was haben wir denn da? Warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo wir eigentlich hin müssen. Wir brauchen eine Sternenkarte. Jawohl, haben wir. Oh. Missionen. Gib dich da hin. Kurs festlegen. Mit R. Ah, das haben wir schon erkundet. So, wir waren... Ach so, wir waren ja erst da. Okay. Dann würde ich sagen, landen wir wieder. Da mache ich also quasi im Knast oben im Orbit. Auch nicht schlecht, ne? Da kann ja keiner abhauen. Der Schutz deines Anzuges ist erschöpft. Scheiße. Warte. Ah, nichts ausgerüstet. Entschuldigung. Oh. Oh, da sollte man vielleicht dran denken beim nächsten Mal, ne? Ah, Entschuldigung. So, jetzt geht mal mit der Tante sprechen, ne? Wenn jetzt das Messer wieder da ist, versuche ich das wieder zu klagen. Kommst du? Bist du überhaupt Sarah? Ja. Du siehst heute ganz anders aus, Sarah. Oh, was ist denn mit dir passiert? Hallo. Oh. Was macht denn ihr da? Uh. Hat den aufgegessen. Komm, wir müssen reden. Oh, da sagst du was. Da sagst du was. So. Das ist die Auftragsbörse. Sprich mit in der Handelsaufsicht mit Serious. Ja, ja, da ist er. Joi, 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 joi. Was haben wir da unten? Sprich mit Trevor. Wahnsinn. Ja, gut. Das ist halt, was man so gewohnt ist, ne? Ja, gut. Würde ich mal. So, was sollen wir denn jetzt überhaupt machen? Wir sprechen in der Handelsaufsicht mit dieser Siserer Boden. Siserer Boden. Vorsicht bei den Geländern auf den oberen Ebenen. So, guten Tag, junger Mann. Du, ich will eigentlich mein Zeug verkaufen. Ganz ehrlich. Jo, hey, was geht ab? Jo, Mann, was geht ab, Mann, jo? Nee, verkaufen. Ich bin Mannaki. Falls du irgendwelche Fragen hast, gib einfach Bescheid, ja? Ja, wo kann ich was verkaufen? Ich würde gern handeln. Cool. Das machen wir hier. Das ist ja praktisch. Kaufen? Ich will verkaufen. So, pass mal auf. Alles. Ich hätte zu verkaufen. Ich hätte zu verkaufen. Ich hätte irgendwas bestimmt zu verkaufen. Ach, das habe ich doch. Warte mal. Aus Schiffsinventar verkaufen. Ja, das will ich machen. Alles. Pass mal auf. 30, Leute. Das ist doch alles nichts wert. Antibiotika. Können wir auch verkaufen. Haltbewährte Medikamente, die von Leiden benutzt werden. Das können wir doch auch. Piraten Angriffsgerät. Weg damit. Tiefminen. Ausrüstung Arbeiterblau. Weg damit. Benzol. Bericht über die Constellation. Das können wir noch gebrauchen. Birben können wir verganzen. Ich würde das gern aufheben. Das können wir noch verkaufen. Chemikalienanzug. Ähm. Wie viel kann ich da? Einen nur verkaufen. Geht das oder geht das nicht? Ah, das geht. Okay. Apfel. Ein Ei. Destilliertes Wasser. Constellation Guide. Nee, wenn du den haben willst, dann nimm den mit. Digitaler Schreibtischspielderab. Auch weg damit. Dinnerteller auch weg. Notfall Slate. Drahtspule. Ihhh. Eisen. Das würde ich gern behalten. Oh. Die Skulptur für 81. Nein. Gewebennährstoff. Gold. Für drei? Ist das gar nichts wert? Okay. Der kann weg. Der kann weg. Herz plus. Verbessert die Widerstandsfähigkeit und Schmerztoleranz. Oh nö, behalten wir. Organische Substanz. Dienst der Stützung von verwundeten Gliedmaßen. Hier kann man sich auch was brechen. eine Kartoffel. Ketten brechen. Was ist denn das eigentlich? Keine Ahnung. Weg damit. Kästchen mit Erde. Auch weg damit. Legere Kleidung. Siedler. Aha. Das würde ich behalten. Luftbefeuchter kann weg. Tja. Molekülextraktor. Den mal weg. Sieb. Wird das für irgendwas gebraucht? Ja, tatsächlich. Overall. Argos Extractor. Weg damit. Weg. Weg. Eine muss ich behalten, ne? Schiffsteile. Ne, 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 ne. Vorsicht. Der kann weg. Haben wir denn irgendwas? Silber. So, was haben wir hier noch? Sprudelwasser. Der Bumms kann weg. Titan. Toxin. Tragbarer Ventilator. Weg damit. Ein Tee. Weg damit. Das würde ich gern behalten. Okay. Wolfram. Wurzeln. Installation Rucksack. Den nehmen wir nicht. Was ist denn das hier? Desbestienjägers. Helm. Okay. Nö, komm. Wir behalten das alles. Der kann weg. Überfallruck. Oh. Habe ich jetzt aus Versehen? Habe ich was verkauft, was ich nicht hätte verkaufen sollen? Warte mal. Wir sehen uns. Ja, bitte. Okay. Das sieht noch gut aus. Uhuhuhu. So, mit der Tante müssen wir reden hier, oder? Guten Tag. Wenn du was kaufen oder verkaufen willst, red mit Octai. Ja, habe ich schon. Ich bin beschäftigt. Nee, nee, du. Ich will zwar was verkaufen, aber eigentlich suche ich nach dir. Ich habe... Warte mal. Ich will eine heikle Ladung loswerden. Das ist, glaube ich, was, worauf die anspricht, oder? Und mit heikel meinst du vermutlich, dass die UC Security davon lieber nichts mitkriegen sollte. Mhm, 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 mhm. Da kann ich dir vermutlich helfen. Was hast du für mich? Oh, da sind wir aber gleich am Ziel, ne? Hier ist eine kleine Probe. Ich will eine Ladung Aurora verkaufen. Wow, viel zu heiß für mich. Hallo. Das Zeug bringt nichts als Ärger. Dann musst du dein Glück woanders versuchen. Die Handelsaufsicht lehnt Schmuggelware ab. Jetzt habe ich alles erlebt. Also wenn du das nicht hinkriegst, dann sag mir jemanden, der es kann. Ich dachte, die Handelsaufsicht ist okay. Die Leute, die mir gesagt haben, dass du die Beste bist, lagen wohl falsch. Oh, jetzt kriegt man sie bei ihrer Ehre, Leute. Nein, sie haben recht. Aber sie haben dir nicht gesagt, dass mein Selbsterhaltungstrieb extrem ausgeprägt ist. Wenn du natürlich einen Finderlohn anbietest, dann könnte ich, naja, die Regeln etwas beugen. Oh, ich weigere mich für diese Information. Und wenn ich dir einfach das Gehirn wegpuste und jemanden anderen frage, könnte man machen? Ich muss dich bezahlen, nur um rauszufinden, wo ich meine Ware verkaufen kann? Du machst das wohl noch nicht so lange. Also lasse ich dir das mal durchgehen. In unserer Branche läuft ohne Geld rein gar nichts. Auch wenn das heißt, dass du auf deinem Weg nach oben auf jeder Sprosse der Leiter ein paar Credits lassen musst. Okay. Und wenn ich dir einfach das Gehirn wegpuste und jemanden anders frage? Okay. Ich würde sagen... Oh, soll ich echt tausend Credits bezahlen? Tausend. Weißt du was? Echt komisch. Plötzlich fällt mir doch jemand ein, der das Zeug vielleicht für dich los wird. Sieh an, sieh an. Plötzlich erinnert sie sich an alles. Wie schön. Ein Kumpel von mir mischt bei der Crimson Fleet. Adler Kemp heißt er. Wenn er nicht schon bewusst los ist, killt er gerade im Broken Spear den Rest seiner Gehirnzellen. Ach und, ähm, war schön mit dir Geschäfte zu machen. Zur Venus. Sprich im Broken Spear mit Adler Kemp. Alles klar. Die da hätten wir gern. Dann legen wir doch gleich mal einen Kurs fest. Und? Äh, wo muss ich denn hin? Ne, warte mal. Broken Beer, da sind wir doch gerade, oder? Hä? Doch schon. Schauen wir mal da oben. Irgendwo muss es doch sein. Wir gehen mal... Und wenn du Hilfe brauchst... Du, du, alles gut. Ich wollte eigentlich Vanguard werden. Dann habe ich gemerkt, dass mir von Weltraumflügen übel wird. Sprich mit Broken Beer da oben. Kann ich das hier einfach verfolgen? Hier haben wir ja diese, diese Pfeile, ne? Cool. Jubidubidu, wo siehst du, wo bist du, wo bist du? Bist du das? Nö, du bist das. Ach, dir habe ich doch dein Messer geklaut, du kleiner Lumpen. Wenn du nicht hier bist, um mir noch einen Drink zu servieren, kannst du wieder abhauen. Du, gern. Also, ich habe gehört, dass du mir helfen kannst, Ware zu verkaufen, oder? Ach ja? Tja, ich habe nur keine Ahnung, wer zur Hölle du bist. Warum glaubst du, dass ich dir helfen würde? Weil ich so ein schmuckes Kerlchen bin. Ja, bitteschön. Eine Probe. Hey, sag's doch noch ein bisschen lauter. Eine Probe. Aber es hat dich noch nicht jede UC-Wache in Seitonia gehört. Okay. Okay. Ja, ich glaube, da können wir dir helfen. Das ist nett von dir. Wenn du eine ganze Ladung davon loswerden willst, muss das schnell gehen. Aber erst musst du was für uns machen. Ehrlich jetzt. Davon hat sie nichts gesagt. Tja, sie hat ja aber nicht das Sagen, sondern ich. Aha. Das ist doch lächerlich. Ist der ganze Scheiß echt nötig, damit wir von dir kriegen, was wir brauchen? Lady, wenn ich die Ware für deine Begleitung hier verschieben soll, machst du alles, was ich will. Klar? Oh. Und jetzt Lauscherchen auf. Ich sag's nur einmal. Du musst dich um einen Miner kümmern, der zu viele Schulden hat. Er hat wahrscheinlich alles versoffen. Kann ich ihm nicht verübeln. Aber ich will das Geld zurück. Ja, aber der hat doch alles versoffen, oder? Ich lege ihn einfach um und plündere seine Taschen. Wow, wow, wow. Mach mal halblang. Ja? Niemand hat was von umlegen gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich mein Geld will. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Ach so. Er heißt Karl Fielding. Wahrscheinlich stolpert er irgendwo durch die Minerquartiere von Deimos. Keine Angst, er ist leicht zu finden. Halt einfach ausschauen nach dem erbärmlichsten Typen weit und breit. Alles klar. Reibe Karl Findlings Schulden ein. Ja, Entschuldigung, hat ja nicht gefallen, was ich gerade gemacht habe, oder? Naja. Ich kann ja nicht immer irgendwas machen. So, wo sind wir denn hier überhaupt? Kursfest liegen. Mach mal. Es ist also immer noch hier, ne? Mars Launchpad. Reisen. Komm, wir reisen da einfach mal hin. Durch Abschließen von Forschungsprojekten in einem Forschung... Hier würde ich definitiv keinen Außenposten errichten. Ja, wieso? Aber der ist doch hier irgendwo, ne? Aber der hat ja doch gesagt. Du, ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin. Ist das meine Schuld, oder was? Ich hab doch keine Ahnung. Wir sollen hier irgendwo einen suchen. Unbekannt? Was ist das da hinten? Alles unbekannt hier, Leute. Frontier unbekannt? Öh. Leute, ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich hab doch... Treibe Karl Findlings Schulden ein. Karl Findling. Aber der zeigt mir das doch hier oben an. Leute, da müssen wir, glaube ich, nochmal zurückgehen, oder? Captain, benötigen Sie meine Hilfe. So. Oder ist der hier bei uns? Nee. Schreibt mal alle wieder ein. Ja, komm, Leute. Ich hab mich irgendwie verflogen. Es tut mir auch leid. So, das darüber und so. Jetzt geht's los. Pass mal auf. Wir starten erstmal, ja? Und dann schauen wir mal weiter. Irgendwie müssen wir ja mal zur Rande kommen. Landestützen eingeholt. Ja, wunderbar. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Finale Umlaufbahn erreicht. Das ist nett. Orbit stabil. Sehr gut. Wunderbar. So, Leute. Ich brauch dieses Grimmsen-Dings. Grimmsen-irgendwas. Da. Auf der Karte anzeigen. Landeplatz erkundet. Mars-Mech-irgendwas. Es ist doch wieder hier. Kannst du mich veräppeln? Langmalt wieder. Leute. Es ist manchmal ein bisschen zu komplex, ne? Das könnte leicht zu Verwirrungen führen. So, 39 Meter. Das ist schon tot, oder? Ja. Kommt, Leute. Gas geben. Da sind wir eben mal kurz in Orbit geflogen. Und dann ist wieder gut. Sarah hat das nicht gefallen, dass ich gesagt habe, ich blase den einfach weg und nehme das Geld. Das hat ihr nicht gefallen. Naja, gut. Hey, da schwede. So. Wo ist er denn jetzt hier? Triff Karl. Da unten. Das ist schön, was die Karl kontrolliert hier. Runter geht's. Okay. Schönen guten Tag, schönen guten Tag, schönen guten Tag, schönen guten Tag. Oh, das ist ja heftig hier. Oh. Kann ich hier auch ein bisschen mitmeinern? Muss ich hier rein? Ich soll den versoffensten Kerl suchen, den es hier gibt. Das bist doch du, oder? Karl Findling. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, du kannst mir dein Geld geben. Adler Camp schickt mich, dir eine Lektion zu erteilen. Ne, sorry, ich hab dich verwechselt. Ich bin wegen den Credits hier, die du Adler Camp schuldest. Adler Camp? Adler, Entschuldigung. Wer zur Hölle ist das, bitte? Och, jetzt komm, ne? Also, Adler versteht keinen Spaß bei der Sache. Du solltest also schnell zahlen, ne? Adler, sagst du? Ne, sag mir nix. Ich glaube, du verwechselst mich. Ich wollte das ja... Ich bin echt müde, okay? Hab den ganzen Tag in den Minen geschuftet. Ich will einfach nur nach Hause mit dem Staub abwaschen und relaxen. Ja, ja. Okay, nun, war nett, dich gekannt zu haben. Deine Beerdigung wird sicher toll. Hey, wow, ganz ruhig. Lass mich mal überlegen. Adler, hast du gesagt, oder? Ja, ja, richtig, richtig. Ach so, warte. Du meinst den, Adler. Ja, genau den, ja, ja, ja. Ja, sorry, ich dachte, du redest von jemand anderem. Ne, 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 das war schon der. Ich hab ihm gesagt, dass ich nächste Woche zahle, wenn der Beteiligungscheck von Deimos kommt. Ich bring ihn ihm sogar persönlich, okay? Na, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Adler sich damit zufrieden gibt, ne? Naja, ich meine, hat ja eigentlich keine andere Wahl. Ich kann echt gerade keinen einzigen Credit abdrücken. Wo nix ist, kann man auch nix holen, okay? Vielleicht hat er schon genug durchgemacht. Warum bist du denn so knapp überhaupt bei Kasse? Das ist doch sowieso, ne? Ich arbeite als meiner für Deimos, okay? Hatte ich mir auch nicht unbedingt so vorgestellt. Diese Blutsorger zahlen mir zwar ein Gehalt, aber damit ich meine Familie ernähren kann, bin ich auf die Gewinnbeteiligung angewiesen. Okay. Ach, Leute. Adler glaubt, du hättest das Geld versoffen. Hey, Moment mal. Dass ich gerade eine schwierige Phase durchmache und nachmittags manchmal im Spier bin, heißt nicht, dass mir meine Familie egal ist. Wieso glaubt Adler eigentlich, er wäre besser als ich? Er ist ein dreckiger Pirat und Tyrann. Jawohl. Ach, Leute. Hm, ich hab genug von deinen Spielchen. Vielleicht krieg ich den irgendwie überzeugt, oder? Oder ist dann Sarah wieder sauer auf mich? Ich kann doch nicht seine Schulden bezahlen. Was für Spielchen. Warum tust du mir das an? Ich hab das Geld nicht. Es ist das Risiko wirklich wert? Du kannst das Geld doch einfach wieder verdienen. Ich kann mich ja vielleicht für eine Sieben-Tage-Schicht melden. Eben. Komm schon, du hattest doch sicher irgendwo in Notgroschen versteckt, oder? Na ja, vielleicht kann ich ein paar von meinen Deimos-Aktien verscherbeln. Ist doch nicht schlecht. Es gibt sicher einen Weg, wie wir hier beide zufrieden auseinander gehen, oder? Oder du hättest einfach gar keine so hohen Schulden machen dürfen. Fahr zur Hölle. Du warst ein Scheiß über mich. Entschuldigung. Ich weiß. Adler bezahlt dich. Du machst nur deinen Job. Aber ich schwör's. Ich habe nichts mehr. Wenn ich dir meine letzten Credits gebe, verhungert meine Familie. Das kann und werde ich nicht machen. Och, Mann, ey. Also wir haben jetzt nur noch die Möglichkeit, ihn anzugreifen. Oder seine Schulden selber zu bezahlen. Und ich glaube, wir haben keine 3000. Und wir können doch nicht seine Schulden bezahlen. Och, Leute. Richtig doof. Wir versuchen ihn mal anzugreifen. Ich weiß nicht, was passiert. Keine Ahnung. Nein. Lass mich in Ruhe. Dafür zahlst du. Aber gut, wenn er tot ist, ne? Nimm keinen Schrott mit. Nee. Weiße. Das war wohl nicht die richtige Entscheidung. Okay, Leute. Jetzt haben wir den ganzen... Oh. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ja, ja. Ich hau ab. Hui. Oh, Scheiße. Verdammt. Ehrlich. Wie kommen wir denn aus dieser Situation hier wieder raus? Verzwickt. Ich bring doch hier nicht die ganze Weltbevölkerung um. Leute. Verdammt. 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 Das ist doch echt mies. Und jetzt? Du, wir müssen neu laden. Das nützt nichts. Die Dunia zentrale Level 4, 8 Uhr 2. Das war vor einer Minute. 7 Uhr 57. Pass auf, wir nehmen nochmal das. Das macht ja keinen Sinn. Ach, verdammt, ey. Das ist ja wirklich eine Miese. Also, aber wie hättest du es denn machen sollen, ne? So, da ist er wieder. Okay, wir müssen ihn irgendwie davon überzeugen. Okay. Versuchen wir es weiter. Kann ich dir irgendwie helfen? Alles klar. Ich bin wegen den Credits hier. Okay. Adler Camp? Wer zur Hölle ist das bitte? Ach, komm jetzt. Adler versteht keinen Spaß bei der Sache. Du solltest also schnell zahlen. Adler, sagst du? Ne, sag mir nix. Ich glaube, du verwechselst mich. Ich bin echt müde, okay? Hab den ganzen Tag in den Minen geschuftet. Ich will einfach nur nach Hause mit dem Staub abwaschen und relaxen. Ach, relaxen, ja. Nun war nett, dich gekannt zu haben. Deine Beerdigung wird sicher toll. Hey, wow. Ganz ruhig. Lass mich mal überlegen. Adler hast du gesagt, oder? Ja, ja. Ach so, warte. Du meinst den Adler. Ja, sorry. Ich dachte, du redest von jemand anderem. Ne, ne, das war schon so. Ich hab ihm gesagt, dass ich nächste Woche zahle, wenn der Beteiligungscheck von Deimos kommt. Ich bring ihn ihm sogar persönlich. Okay? Hm, ich glaube nicht, dass das... Na, ihr wisst ja. Naja, ich meine, hat ja eigentlich keine andere Wahl. Ich kann echt gerade keinen einzigen Credit abdrücken. Wo nix ist, kann man auch nix holen. Okay? Vielleicht hat er schon genug durchgemacht. Hm. Überzeugen. Warum bist du knapp bei Kasse? Das hat man ja, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, ne? Ich arbeite als meine. Diese Blut... Alles klar. Überzeugen. Pass mal auf, wir versuchen das nochmal. Wir hatten ja vorhin fast die Chance. Ich hab halt nur zum Schluss das Falsche ausgewählt, ne? Was für Spielchen. Warum tust du mir das an? Ich hab das Geld nicht. Hier oben. Ich kann mich ja vielleicht für eine Sieben-Tage-Schicht melden. Genau. Okay, komm schon. Du hast doch sicher irgendwo einen Notbruschen versteckt, oder? Naja, vielleicht kann ich ein paar von meinen Demos-Aktien verscherbeln. Süßte. So, jetzt brauchen wir noch einen Punkt. Ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, das hier zu überwinden. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Hä? Wir nehmen das Erste nochmal. Ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, das hier zu überwinden. Das denkst du vielleicht. Das wird nichts. Ich weiß. Adler bezahlt dich. Du machst nur deinen Job. Aber ich schwör's. Ich habe nichts mehr. Wenn ich dir meine letzten Credits gebe, verhungert meine Familie. Das kann und werde ich nicht machen. Hey, Moment mal. Da ist sich gerade eine schwierige... Wieso glaubt Adler... Okay, pass auf. Wir müssen das hier machen, dass wir seine Schulden übernehmen. Das geht gar nicht anders, oder? Ach du Scheiße. Ehrlich? Das würdest du machen? Wow. Ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke für alles. Und keine Sorge. Ich leih mir nie wieder von Adler Geld. Wir haben nur einen Punkt von Moaras Patrouillenroute als Anhaltspunkt. So ist das manchmal. Naja gut, jetzt müssen wir ja sowieso wieder hoch zu dem da, ne? Zu dem Verrückten. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Willkommen in Saldonia. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ja, absolut. Was ist denn das hier eigentlich? Okay. Ne, dann gehen wir wieder hoch. Und quatschen jetzt. Was ist da hinten? Sprich mit René. Was ist mit ihm hier? Das war doch eine... Du brauchst manchmal einen Ohrwurm? Jaja. Ich muss mir oft wieder ausdenken, nur um einen Ohrwurm loszuwerden. Auf jeden Fall. So, warte mal. Undercover. Kehre zur Adler Camp zurück. Jawohl, das machen wir mal. Adler Camp. Okay, das machen wir erstmal schnell. Weil das macht ja jetzt alles keinen Sinn, jetzt hier in der nächsten Quest weiter zu quatschen. So, dann gehen wir da hoch und können jetzt vielleicht dieses Undercover-Zeug irgendwie erledigen. Ja, und wieder hoch. Dong, 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 dong. Da hinten lang. Okay. Hier müsste man eigentlich wirklich mit jedem quatschen, den es hier so gibt, ne? Weil irgendwie haben die alle irgendwas zu sagen. Haben vielleicht irgendwelche versteckten Missionen. Also ich glaube, du spielst ja dein Leben lang an dem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Hier rum. Hier die Auftragsbörse. Das ist mit Sicherheit auch noch alles voll. Wahnsinn. Moin, Freund. Hast du was für mich? Ja, ja. Ja, ist alles da. Ach, sieh mal einer an. Ich wusste, der Penner will mich für dumm verkaufen. Macht der mir noch Probleme oder hat er es verstanden? Ähm, der hat es verstanden. Schön, schön. Du bist wohl ein richtiges Naturtalent, was das Schuldeneintreiben angeht. Mhm. Gefällt mir. Weißt du, wenn dir sowas Spaß macht, habe ich noch mehr Arbeit für dich. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Glaubst du, du kommst mit meinen, ähm, Partnern klar? Äh, ja, ich bin interessiert. Keine Ahnung. Vielleicht, äh, wer genau sind denn eigentlich deine Partner? Wenn dir das bis jetzt noch nicht klar ist, bist du vielleicht nicht für den Job gemacht. Oh. Und du glaubst, dass sie mit mir klarkommen? Das höre ich gern. Dein Stil gefällt mir. Alles klar. Ich gebe Neva Mora Bescheid. Die ist die Nummer zwei, nach dem großen Boss persönlich. Mach dich auf den Weg nach Europa. Da findest du sie. Und hör dir an, was sie zu sagen hat. Ach ja, um die Aurora-Lieferung habe ich mich gekümmert. Ist viel Kohle. Gibt nicht alles auf einmal aus. Ah, siehste mal. Da haben wir das doch gleich wieder verdient. Sehr schön. Cool. Missionsstatus undercover. Wurm trifft König. Triff dich auf Europa mit der Astrea. Irgendwas auch immer. Freunde, bitte hinterlassen, Like und Kommentar. Die Folge ist jetzt zu Ende. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Auf dem Weg zur Europa. Oder wir gehen auch mal in den Keller und sprechen mit René. Das war doch auch noch irgendwie was. Ne, warte mal. Das haben wir abgeschlossen. Alles gut. Das können wir zuklappen. Das war auch alles. Aktivitäten. Sprich mit René. Das könnten wir ja hier auch noch machen. Aber das haben wir doch auch schon alles. Mit dem haben wir doch auch schon. Och, Leute. Hier ist was los. Suche nach Beweisen. Wo soll ich denn hier nach Beweisen? Lieutenant Jillian Toft auf der UC Vigilance hat mir aufgetragen Beweise für die. Ja, das ist klar. Aber das gehört ja jetzt noch nicht dazu, oder? Ah, okay, Freunde. Darüber machen wir uns beim nächsten Mal Gedanken. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.